So, hier das ist mein Bett, wo ich schlafe. Haha, da ist der Flimmelkasten. Da sind die zwei Fenster. Und das hier, das sind meine Fressereien hier. Warte mal. Da ist meine Fressereien. Haha, ich hab mir gerade Tee gemacht. Und hier ist der Kühlschrank. Juch, da ist auch was drinnen. Unten nicht, aber naja. Tasche. Oh, Moment, den Stuhl muss ich eben wieder gerade hinstellen. Da mein Kleiderschrank, wo ich meine Sachen aufgehängt habe. Hier leg ich ja nichts zusammen, ich hänge das ja auf. Da ist mein anderer Kram, Tee, Kocher, Mülltüte. Da ist er noch, mein Wasser. Das ist mein Tablett, der hat sich gedreht. Das war mein Ding. Hier ist ein Tisch, da habe ich mein Katzenfraß gekauft. Und das ist was gegen Zecken, das da. Da schicke ich mir eine Post weg. Gadroge, Spiegel. Und hier ist das Toilette, Badezimmer, alles so. Und meine Dusche, geil. Und jetzt werde ich erstmal was essen. Ich habe mächtigen Kohledampf vor. So, aus die Maus. Ist ja mein Heringsalat und mein Brotessen. Na, was ist denn jetzt hier? Es gibt 3,5 Milliarden Frauen auf unserem Planeten. Und keine ist wie die andere. Warum sollte es dann ihre Binde sein? Always my...